Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag zeige ich euch auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop, also geht's direkt mal los. Klicken wir oben drauf. Und zwar gibt's im heutigen Shop... Äh, okay, wir können erst mal direkt an den Anfang gehen. Gibt es da heute... Oh ja, das hab ich gelesen, es soll einen richtig geilen neuen Emote geben. Der heißt Octane Junior. Und ich glaube... Genau, das ist aus dem Rocket League Set. Oh, die Musik dazu. Oh, das ist ein Fortbewegungs-Emote. Das heißt, das ist wieder ein Emote, mit dem man so ein bisschen rumfahren kann. Wie zum Beispiel der Deadpool oder der andere Auto-Emote da. Sehr, sehr nice. Also den werde ich mir direkt mal holen. Auch die ganze Rocket League Kooperation sehr, sehr nice. Ah, Leute, man jumpt sogar mal ab und zu so typisch Rocket League mäßig da rum. Sehr, sehr nice. Ich müsste auch wieder ein bisschen mehr Rocket League spielen. Ich hab's mal eine Zeit lang gespielt. So, was haben wir noch drin? Außerdem haben wir noch Pit Stop. Mit den ganzen Styles natürlich dann wieder drin. Dazu der männliche Skin und auch die passende Hacke. Dann auch mal wieder die rote Ritterin. Sehr geiler Skin. Ich kann ihn absolut empfehlen. Einer meiner Lieblingsskins of all time hier in Fortnite. Die Hacke würde ich aber eher nicht kaufen. Kamesin-Hacke braucht man nicht unbedingt. Dann ist mal wieder das Paket drin. Das gab's schon mal, ne? Ja, ich glaub, das gab's schon mal. Ziemlich heftiges Paket, actually. Und zwar ist das die Seeker mit ihrem Backpack. So schaut sie aus. Dazu dann die Hacke, die so ziemlich geil leuchtet und einen schönen Effekt hat. Der sehr, sehr heftige Serberus-Gleiter. Auch nice. Und das war schon das Paket. Man spart 1.400 V-Bucks, wenn man sich das zusammenkauft. Guter Preis dafür. Dann DJ Bob mit den zwei verschiedenen Styles. Einmal so ein Lama und einmal normal. Dann der Sweater-Skin schlechthin. Der Dynamo für 1.2. Dazu die Sweater-Hacke. Eisbrecher. Der Stierhörner-Emote. Okay. Pausenvergnügen wieder Hacky-Sack-mäßig. Den feier ich nicht so. Den würde ich mir nicht holen. Und... Warte, warst du schon? Ah, ne. Es gibt noch Google Bin. Oh, der ist ganz chillig. Ein bisschen mit der... Was ist das? Ne, Nukulele ist es nicht. Banjo? Wie heißt das? Keine Ahnung. Ich glaub so. Letztes Mal haben mich alle korrigiert. Aber auf jeden Fall cuter Emote. Cute Musik. Kann ich empfehlen. Und es geht noch weiter. Lol. Es geht immer... Oha, es geht unten auch nochmal weiter. Okay. Wir haben die ganzen Party-Skins drin, die so animiert sind. Auf der Oberfläche. Und die Cosma auch noch dazu. Auch ein cooler Skin. Heute ist es ein richtiges DJ-Thema, ne? Aus welchem Grund? Gab es irgendwie... Gab es irgendein Event oder irgendeinen Anlass, warum hier die ganzen... Die ganzen Party-Sachen drin sind? Leuchtstäbe. Der Leuchtstab. Der Leuchtflug. Die Disco-Party natürlich mit dem mega-neisen Drop. Achtung. Ja, sehr nice. Disco-Fieber. Und Breakdance. Auch noch. Ich glaub, das war der letzte. Genau, das war der letzte. Und das eine Paket ist jetzt auch raus. Es sind kaum noch Pakete drin. Ähm, ja. Aber geiler Shop auf jeden Fall. Gefällt mir, wenn ihr euch was holt. Ihr wisst ja gerne Creator Code Snoxy eintragen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne auch einen Daumen nach oben. Und ein Abo da. Heute werde ich, wenn ich streamen, wahrscheinlich erst später streamen. Für alle Ehrenleute, die bis hierhin jetzt geschaut haben, ihr könnt gerne mal die Videobeschreibung ausklappen. Und einmal auf den Mein-PC-Link klicken. Der ist relativ weit oben. Da steht Mein-PC. Und da ist so ein Cut.li. Slash-Snox-Link. Den könnt ihr gerne mal im neuen Tab öffnen. Das kommt jetzt zu meinem Partner Heitek. Die tracken, wie viele Leute da draufklicken. Also, äh, ja. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gönnt da gerne mal schnell einen Klick im neuen Tab. Vielen Dank. Und dann, ja, würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Und, äh, ah ja, warte. Dann, äh, die, die Auflösung der Gewinner von gestern. Den ersten seht ihr jetzt hier eingeblendet. Also, Glückwunsch an dich. Und, ähm, ja. Jetzt habe ich, glaube ich, alles. Ja, genau. Danke an euch fürs Zuschauen. Und bis morgen, Leute. Tschüss. Tschüss.